Vier Pleiten aus den letzten fünf Spielen, schon neun Punkte Rückstand auf den FC Bayern. Die Talfahrt von Borussia Dortmund geht auch nach der Länderspielpause unvermindert weiter. Liegt es an mangelnder Fitness beim BVB? Das ukrainische Portal Sbirna.com zitiert Offensivstar Andrea Molenko. Zitat, in zwei Wochen bei der Borussia hatte ich mehr freie Tage als in sechs Monaten bei Dynamo Kiew. Eine Aussage, die man durchaus als leise Kritik an Trainer Peter Burs verstehen kann. Schon zuletzt kamen Diskussionen über die Trainingsintensität unter den Niederländern auf, unter dem es weniger Einheiten als etwa unter Vorgänger Thomas Tuchel gibt. Kapitän Marcel Schmelzer wischte diese beiseite. Zitat, man kann zweimal am Tag trainieren oder nur einmal und dafür intensiver. Das ist unter Burs der Fall. Fakt ist jedoch auch, dass der BVB in mehreren Fitnessstatistiken wie gelaufene Kilometer oder Sprints pro Spiel hinter den Werten der Vorsaison bleibt. Bei gelaufenen Kilometern in hoher Geschwindigkeit rangieren die Dortmunder etwa bundesligaweit nur auf Platz 11.